Herzlich willkommen zu meinem dritten Sixpack-Video. Heute in meinem zweiten Gym. Hinter mir war mein Lehrling. Seit der Diskussion der Sonntagsöffnung darf eben auch der Lehrling am Sonntag arbeiten und aus dem Grund wird er mir Gesellschaft leisten. Beim dritten Sixpack-Video werden wir immer wechseln zwischen dynamischen Übungen und einer statischen Übung. Wie zum Beispiel, wir werden in den ersten 20 Sekunden seitliche Crunches machen, danach Plank vorne. Seitliche Crunches links und Holloman. Heute geht es in erster Linie um die seitlichen Bauchmuskeln. Darum werden wir zwölf verschiedene Bauchmuskelübungen ausführen und dazwischen immer Plank und Holloman. Wenn keine Fragen sind, dann starten wir. DJ, Warte deines Amtes. Nein, jetzt geht es immer weniger los. Beginn kräftig Zagazahn. Zehn Sekunden. Wir beginnen mit seitlichen Crunches rechts. Wir legen uns an Mosel. Eins. Und los. 20 Sekunden. 3, 2, 1, Rest. Und wir wechseln. Plank vorne. Und wir wechseln seitliche Crunches. Links. Nächste Übung. Heem Touches. Diese Übung machen wir zweimal hintereinander. Wenn wir berühren, abwechselnd immer linke Fersen und rechte Fersen. Moment. Und Heel Touches. Wir berühren abwechselnd die Fersen. Schulterblätter weg vom Boden. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Lenken für so eine Druckstücke in den Boden. Und wieder gleich vorne. Die Fersen. Ja, was passiert bei der Fersen? Ich hab's nicht mehr drauf gemacht. 1, 2, 1, Rest. Und das zweite Mal he touches. Und hallo, man. 3.5. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. 3.5. 1.5. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. 3.5. 3.5. 3.5. 4.5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 6. Und zweite Runde, weiss ich die Quatschen. Das ist unser heiß geliebter Holloman. Wir legen uns auf die hintere Seite und wir legen nur die Beine an. Das ist unser heiß geliebter Holloman. 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 Wir gehen in den Side Plank. Das ist unser heiß geliebter Holloman. Das ist unser heiß geliebter Holloman. Linke Seite. Ja. Ja. Und unser superman. Ja. Sehr gut. Wir gehen wieder. Linke Seite. Side Plank. Und greifen mit der Hand unter dem Körper durch. Und drehen uns auf. Und drehen uns auf. Sehr gut. Und wieder Blank. Linke Seite. Schön aufdrehen. Das ist unser heiß geliebter Holloman. Das ist unser heiß geliebter Holloman. Das ist unser heiß geliebterall. Das ist unser heiß geliebter Holloman. Ja. Die nächste Übung ist Weihilzweifers, die liegen auf dem Rücken, Hände zur Seite und senken die Beine ab. Fortgeschrittene, mit ausgeträgten Beinen, die Arme gerne mit angewiesen sind. So richtig, die ihr in den Spur. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Ja, und why would you like what to fight them? Ja... 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 Unser Superman! Ja! Nächste Übung, Ausgangstellung ist das Stück, ausgestreckte Hände und das rechte Knie zum rechten Elbogen. Nur das rechte. Und wieder Blink vorne. Ja, das gleiche mit dem linken Bein, vom linken Elbbogen. Sehr gut! Und wieder unser Superman. Wir bänden das Wörter. Wie es angefangen hat, letzte Übung. Weitere Kranke. Wir beginnen mit der rechten Seite. Ja! 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 Wir sind richtig, ein Tor! Letzte Runde play. 3, 2, 1, Rest. Na ja. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Rest. Sehr gut. Und das letzte Mal Superman. Wir haben uns jetzt verdient. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel Spaß und nachmachen. Und schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.